Freunde, es ist soweit! Der heutige Tag ist endlich gekommen! Ich bin so heiß. Ich bin so heiß und vorbereitet. Fallguys, zwei Siege holen, Fortnite, ein Sieg, Rocket League, fünf. Und wer wird Millionär bis zur 500.000 Euro Frage? 16.26 Uhr und das ist der Moment, in dem die Win-Challenge offiziell beginnt. Rausgeflogen. Erste Runde lief komplett scheiße. Da ist ein Ring. Er hat ihn nicht gesehen. Er hat den Ring nicht gesehen. Qualifiziert komplett souverän. Die Goldenen bringen mehr. Ja, egal. Egal, das interessiert mich alles nicht. Durch die Goldenen wollen alle. Das mache ich aber nicht mit. Ich bin ganz feucht an den Händen vor Aufregung. Das könnte es sein. Ruhig. Auf dem blauen Feld bleiben. Zeit gewinnen. Ich sage zwar ganz ruhig, aber ich bin komplett hektisch und ich falle einfach vorm Rand. Ich falle vorm Rand! Junge, das war ja so dumm. Und wir sind schon wieder im Finale. Ist gar kein Problem für mich, wisst ihr? Bergspitze. Na, der hier. Der vorne. Der ist der Feind. Okay. Der ist der... Okay. Okay. Nein, 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 nein. Ich greife nach der Krone. Da ist das erste Ding. Na, Junge, ultra easy. Ich bin ja so bis 21 Uhr durch. Wir standen zu dritt an der Krone. Wir waren alle drei an der Krone dran, aber ich habe es bekommen. Alter, das ist ja so ein Pinguin. Das ist ein Kakadu. Ist du dir sicher, dass das ein Kakadu ist? Oder ist es vielleicht doch ein Pinguin halt? Ich wurde auserwählt. Ich bin im Licht, weil ich der Auserwählte bin. Okay, es ist das Finale. Konzentration. Nein! Komplett nach hinten fliegt man dann. Das Publikum ist da, um mich anzufeuern. Sie haben sich alle Tickets geholt, um mich zu sehen. Wir haben ja jetzt so einen Sandwich-Toaster, mit dem man auch so Waffeln machen kann. Und ich habe hier gerade eine Waffel bekommen. Guckt mal, einfach eine Waffel. Die ist einfach gespawnt. Die gab es vorher nicht. Die sieht aus wie so eine gekaufte. Ich bin der Schmied. Meine eigene Realität. Das ist mein letzter Ring. Bin drin, bin drin. Waffel. Waffelzeit. Ich habe Schokolade in meiner Waffel-Chat. Seht ihr das? Die ist Schokolade gespawnt. Nein! Okay, ich bin der Wirt. Ich bin der Wirt. Nochmal. Ich halte den Ball oben. Und dann schießt noch ein Tor. Da habe ich noch ein Tor geschossen. Das ist kein Problem für mich. Ruh ich mir auch. Lege ich vor. Er geht ins Tor. Er geht ins Tor. Da ist das Tor. Da ist das erste Tor. Okay, das haben wir. Dann könnt ihr nichts mehr machen. Da habe ich mir ein Stück Waffel verdient. Ja. Ja. Lass ihn mich reinmachen. Das fühlt sich nicht nach einer Challenge an. Das ist jetzt einfach zocken. Der Bienenkitzler ist zurückgekehrt und bereit, die Bienen zu kitzeln. Eine Kuh. Mut. Ja, easy. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich bin bekannt für meinen Intellekt. Was kann man aus vier Einsen machen? Ich habe gerade kurz gelesen, was kann man aus vier Eisen machen? Und dachte, das ist eine Minecraft-Frage. Eisenschuhe. Junge, das kann nicht wahr sein. 13 hoch 2 minus 12 hoch 2. Nein. Geh mir weg mit der Mathematik. Keine Mathematik. Seitdem ich nicht mehr in der Schule bin, musste ich nichts hoch irgendwas rechnen. Ach so, Moment mal. Was sind denn das für Antwortmöglichkeiten? Nein. Was? Was war die Antwort? Aber ich habe es trotzdem jetzt im Nachhinein gecheckt. Also bin ich doch intelligent. Da oben ist die Krone. Ich konnte sie sehen. Am Rand entlang. Okay. 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 Chat, nein. Ich bin viel zu weit weg gewesen. Was war das denn? Ich hatte doch gar keinen Boost. Die sind in die Rocket League. Ich wollte Anlauf nehmen. Du holst dir so eine Pflanze rein. So ein Efeu zum Beispiel. Und auf einmal spawnen so Fliegeteile. Die kommen aus der Erde. Spawnen die da einfach? Aber wie entstehen die? Sind die da einfach die ganze Zeit drin? Also, oder gibt es eine Urfliege? Spawnen die einfach? Setzen die sich so zusammen? Ne, da steht ein Minecraft Fliegen Spawner. Imagine. Fastfly wäre ein cooler Superheldenname für so eine Superfliege. Wir müssen uns vom Rand fernhalten. Nein. Alter, Leute. Was passiert hier? Okay. Wir müssen irgendwo landen. Jetzt durchhalten. Jetzt durchhalten. Nein. Nein. Ich rutsche weg. Oh, ich werde angeschossen. Ich werde abgeschossen. Ich werde abgeschossen. Junge, die hat mir noch keinen Hit verpasst. Ich bin voll scheiße. Aber die Gegner sind richtig trash. Das ist gut für uns. Da oben. Er hat mich gesehen. Er hat mich gesehen. Nein. Ne. Du. Bist du der, der mich gerade... Bist du's? Du. Du hast mich gerade geholt. Ist es nicht so? Nein. Nein, 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 nein. Du weißt nicht, was ich mache. Du weißt nicht, was mir so ein Sieg bedeuten würde. Huh. 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 Ich bewege mich nicht. Ich bin jetzt hier oben. Ich bin jetzt hier oben auf dem Baum. Und hier werde ich mich nicht bewegen. Finale. Da hinten ist der. Oh nein, ich bin runtergefallen. Chat, ich bin vom Baum gefallen. Ich bin vom Baum gefallen. Ich bin Zweiter gewesen. Ich bin vom Baum gefallen. Ich wusste, wo der letzte Gegner ist. Und ich bin einfach runtergefallen. Ich bin runtergefallen und gestorben. Junge, das ist die 100-Euro-Frage? Keine Ahnung, Mann. Ich kenne das nicht. Ich werde die nicht drücken. Ich mache es nicht. Junge, woher soll ich es wissen, wenn ich das nicht kenne? Ich habe damals nicht mit meinen Eltern irgendwie am 1. Mai oder an Ostern irgendwelche Märchen im Fernsehen geguckt. Das Märchen von Der mit den Nüssen. Habe ich nicht geguckt oder so. 1975 erschienen das Comic-Abenteuer Asterix auf Obelix. Kann ich mehr. Keine Ahnung, Corsica. Ja! Tscholli! Oh Mann! Wie heißt das griechische Restaurant in der Lindenstraße? Junge, woher soll ich das wissen, Mann? Lindenstraße. Ich habe noch nie in meinem Leben die Lindenstraße geguckt. Welcher dieser vier ist kein Schweizer Karton? Weiß ich doch nicht, was die Schweizer für Kartons haben. Freiburg. Ist es nicht so, dass ich die Frage nicht verstanden habe? Ich weiß, dass Freiburg in Deutschland ist. Deswegen dachte ich halt, dass es halt kein Schweizer Karton ist. Mein Ziel für dieses Jahr sind auf jeden Fall zehn Renés zu sammeln. So eine Bucket-Liste. Ich hätte gerne zehn Renés in meinem Chat. Wo? Wo? Klar. Klar. Genau. Ich bin gleich unten. Ich bin richtig schockiert, wie kacke ich heute gewesen bin. Win-Challenge Tag 2 geht los. Ich habe mir extra wieder die gleichen Sachen angezogen. Spaß hätte ich auch so gemacht. Ich bin Peter McClark. Tote Mädchen lügen nicht. Ein Mädchen, 13 Kassetten. Komm da nicht rüber. Nein. Nein, 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 nein. Okay, steh auf, steh auf. Nein. Ich kann das nicht mehr. Ich kann es nicht mehr. Mach keinen Scheiß. Ich werde geschubst. Ich werde geschubst. Ich kann es nicht mehr. Nein. Nein. Was muss ich machen? Überwindet die Hindernis und Trenne zur Zielinie? Junge, ich kannte das nicht. Die müssen alle drei einen Fehler machen und ich keinen. Und ich mache einen Fehler. Und ich mache einen Fehler. Aber ich rette mich. Mann, ich... Ja, okay. Beide haben einen Fehler gemacht. Wo ist die Ziellinie, Bro? Oh, hinter mir ist einer. Ja. 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 Okay, da ist das Ding. Ich ende es. Zwei von zwei. Wie kacke für den. Okay, aimbot. Oh, wo ist der, Mann? Junge, ich checke diese dummen Kackwaffen nicht. Ich schwöre. Oh, Mann. Ich bin gerade verwirrt, warum ich mich bewege. Ich treffe keinen Schuss, weil ich mich bewege. Du bist mein erstes Opfer zum Sieg. Jetzt geht's ab. Weg hier. So. Ja. Ich hab's getan. Nicht nur so. Das ist es, das ist es schon wieder. Das ist es schon wieder, Junge. Jetzt hab ich's hier nochmal gerollt, Junge. Ich bin feigling, aber es ist gar egal. Eine Sache. Noch eine Sache. Hört ihr alles? Ist es laut genug? Hört ihr mich? Seht ihr mich? Findet ihr mich schön? Findet ihr mich äußerlich ansprechend? Würdet ihr mit mir zusammen, ähm, einen Kaffee trinken gehen? Und mal sehen, ob da vielleicht mehr draus werden könnte? Okay. Was gelang Steve Curry? Basketball im Dezember 2021 unter lautstarken Jubel zahlreicher Anwesender zum 3000. Mal. Im Dreier wahrscheinlich. Sex mit der Ex-Kyle, Kogitus, Interruptus, haha, Sex-Sachen. Als Autobiografie würde das komplett Sinn machen. Terminator? Zero Sinn. Das ist cringe. Wenn ihr das gemacht habt, hat cringe, dann schaff ich's nicht. Okay, nice. C. Okay. Scheiße, ich hab Star Wars nicht geguckt. Ich... Ich werd nicht raten. An dieser Stelle hatte unser ehemaliger Speise-Eis-Verkäufer eigentlich schon gewonnen. Aber im Rausch der Verblendung ist es weder ihm noch seinem Kart aufgefallen. GG an dieser Stelle an alle Beteiligten und das mit dem ehemaligen Speise-Eis-Verkäufer war gelogen. Verklagt mich doch LOL. Letzte Frage, wir können's holen. Welche Comic... Bitte, warum nicht irgendwas mit Animes jetzt? Wenn ich jetzt überlege, ich würde Werbung machen wollen. Ich glaub, die Schlimpfe kennen auch noch sehr viele Leute. Also auch sehr viele junge Leute kennen die Schlümpfe. Das muss ja Sinn machen. Ich werd jetzt die Schlümpfe nehmen. Das ist geskriptet. Das ist doch geskriptet hier. Was? Chat, Junge! Ihhahaha! Hä, aber die Fragen, die waren... Die waren voll machbar. Ach so, du hättest es schon davor gehabt. Ach so! Ach so! Ach so, ich hab's schon gehabt davor. Chat, ich hab's schon geschafft. Wir haben tatsächlich diese Win-Challenge geschafft. Es ist stundenlang, stundenlang nix passiert. Dann haben wir das Ruder rumgerissen. Wir haben uns das Ruder genommen und es rumgerissen. Ich werd jetzt, äh, reinhauen und mich erstmal erholen. Ich bin richtig froh, dass wir das geschafft haben. Ich bin richtig froh, dass wir das können. Ich bin richtig froh. Ich bin richtig froh, dass wir das kennenlernen. Ich bin richtig froh, dass wir dasdesteties בעst diplomt haben. Ich bin tot er Littleале Güter onder Yea, da war noch... Ich bin ganz ehrlich, da wurde das Ges Cube.